Müssen wir auf dem Boden bleiben? Das haben wir noch nicht erreicht. Diese Art von Arbeit kann man auch, wenn man müde ist, beißen. Eine Art von Teambildung. Anderes ist, dass wir die Möglichkeit geben, an alle Spieler genug zu essen. Ich glaube, ich... Wir müssen jetzt abwarten. Wir müssen jetzt wieder in Ruhe lassen. Ja, müssen wir am Anfang, bis ich das Tor bekomme, mit den Füßen auf den Boden kommen. Alle Spieler fangen von Null. Und ich werde mit allen Spielern reden, erklären, fragen. Ja, aber nicht so, wie es passiert. Wir bekommen Gegner zwei Tage vor dem Spiel. Zum Glück, jetzt haben wir... Oder Glück, da muss man sehen, ob es Glück ist. Ich bin glücklich, da auch kann ich. Und da mache ich manchmal auch diese Wechselungen, welche auch Resultate bringen. Wir kommen in diese Fasengruppe. Im Kopf der UEFA oder diese UEFA-League. Es hat vielleicht einige, welche nicht geglaubt haben, dass ich etwas bewegen kann. Da war ich lange wach. Ich habe ein bisschen im Kopf dieses Spiel durchanalysiert. Aber da lohnt sie nicht. Ja, ich wünsche mir viel. Aber ich werde gut einen Spieler haben. Wer macht alles auf dem Platz. Da kann ich 90 Minuten auf der Bank in Ruhe sitzen. Und nicht im Gegenteil. Und ich muss mich besser auf dem Gericht auf dem Boden Ich bleibe dir das Garten. Ich habe die Lange. Ich kann mich nicht mehr in deriste Nicole. Deine Sache.